Der Nikolaus kam zu Besuch und eine große Taum... Es ist nur an der Zeit, dass der Nikolaus uns ein Gedicht draufseht. Singen, tanzen, feiern, lachen sind Dinge, die der Nadine die Freude machen. Singen, tanzen, feiern, lachen sind Dinge, die der Nikolaus uns ein Gedicht draufseht. Ja, liebe Leute, wir wünschen euch fröhliche und besinnliche Weihnachtstage und natürlich einen guten Morgen. Tschüss!